Tausser war die Hauskatze der schottischen Whisky-Destillerie Glentaret. Tausser ist gemäß dem Guinness-Buch der Rekorde die produktivste Katze aller Zeiten. Sie soll in ihren knapp 24 Jahren Lebenszeit geschätzte 28.899 Mäuse gefangen haben. Sie war langhaarig, ihr Fell wies ein Schildpatmuster auf. Auf dem Gelände der Glentaret-Destillerie, die als die älteste noch produzierende Whisky-Destillerie in Schottland gilt, ist ja am Besucherzentrum ein Denkmal aus Brosse errichtet worden, es trägt die Innschrift. Tausser, 21. April 1963 bis 30 Mach 1987 Tausser, the famous Cat-Who-Lift in der Stillhaus Glentaret-Destillerie, for almost 24 years. SH-E-Code 28,899 Mäuse in her Lifetime World Mousing Champion, Guinness Book of Records